Ich würde direkt mit den Gang von unten ansetzen. Passt das gerade? Ah, jetzt gerade nicht. In 10 Sekunden. Okay, dann warte ein paar Sekunden. Jetzt. Fleisch raus. Ja, der Nick nimmt leider auch, aber ist okay. Okay, schön. Dafür ist er tot. Ja, das finde ich, dass du ihn da so einfach hauptsnehmen darfst dann. Darf ich auch eigentlich nicht. Aber es ist ja Zeit, das auch. Ah, okay. Er darf halt aber auch nicht reinlaufen einfach. Ja, das stimmt. Cool. Okay, die wissen, dass ich hier oben in der Graue bin. Ah, nice. Eingetashed. Der wurde auch eingetashed. Wissen wir, wo Nidale ist? Nee, gerade nicht. Aber ihr... Spot, Nidale-Bot. Okay, dann gehe ich hier Krox mit. Und dann hat er sich die Drag macht, bis. Ja, mit ist er auch miss. Der könnte hochkommen, theoretisch. Ja, ist top, ist top. Ja. Geh einfach raus. Oh mein Gott. Die holen wir trotzdem. Ich gebe dir ein bisschen. Die ist unten in Riverground. Oh, sie ist wirklich base gegangen. Oder wollte. Schade. Ja, nee, da rennt ich jetzt nicht mehr. Ja, nee, das bringt auch nichts mehr. Oh, ich hätte stayen sollen. Ich hätte mich da gesehen, die noch zu killen. Ja, wäre schon ein guter Move gewesen, so. Aber... Wäre auch ein bisschen sehr cocky. Ja, also... Sehr wichtig, dass er Pikes überlebt hat. Ich würde jetzt auch einfach für den Dragon gehen. Ja. Ich habe keinen Smite, erst in 40 Sekunden, aber ich mache den einfach langer. Dragon ist schon okay. Na, okay. Dann gibt es nicht so viel Gefahr, außer Asriel ult. Yumi war auch Mitte. Wo ist Mitte hin? Weißt du das? Weiß ich nicht, ne. Ist noch Mitte. Okay, Nidale ist top mit Yumi, du. Ja, die rompt jetzt einfach. Oh, Nidale. Die wird jetzt auf der Nidale bleiben die ganze Zeit, weil die ist strong. Die verkauft jetzt den Asriel einfach. Das ist sehr smart. Leider. Dann versuchen wir uns an dem U-R-R-Z-Town einfach. Ich könnte hier da eine Ult auf die Mitte geben. Ja. So einfach mittig auf den Tower kommen die. Ich glaube, Nidale wird jetzt auf meinen Top-Channel nehmen, I guess. Ja. Weil sie versucht es zumindest. Wird sie safe. Top-Lane ist halt hart. Ja. Oh mein Gott, ich habe mich gerade erschrocken vor deinem Schlitzfalken. Alter. Das kommt ein Niederlicht bei meiner Fresse. Ich war bereit zu flashen. Och. Jetzt haben die das Pink-Bot auch noch in meinem Gesicht weggestellt. Ich komme. Ich bin feiner. Okay. Da oben war ein Pink-Bot drin. Das haben die aber gerade weggemacht. Das steht irgendwo anders. Ich suche es. Und ich habe nichts mit Top-Channel zu tun. Und der Park ist leider tot. Ja, du meins. Ja, okay. Doch, ich komme jetzt drauf. Ja. Ich bin jetzt mit Blick. Ah, sehr wichtig. Das hat richtig geil viel Geld gegeben gerade. Oh ja. Okay, ich wollte dich eingreifen, aber du hast ihn einfach zurück angegriffen. True. Oh, was ist das denn? Das geht. Okay. Ich habe den Top-Channel. Oh, ich könnte hier für den Fallen, I guess. Okay. Wichtig. Sehr schön. Ja. Achtung. Alter, halt. Jumi, was geht. Na, ich bin fuller. Ach, gut. Hier, Jumi. Einsetztingen, die du fangen kannst. Dann fange ich die Jumi. Der Trick-Bot ist weg. Hast du Bock, den zu nehmen? Ich könnte da nur Ult reinsetzen. Ich mache das selber, bevor du antwortest. Okay. Ich kann auch gleich zum Tanken reinkommen, wenn du magst. Ja, der kommt hier ja wieder zurück. Lol, du kommst ja doch wieder. Ja, da habe ich mich kurz mitgezogen. Neu. An der Stelle. Und das war sogar überdacht. Da bin ich gerade impressed von mir selber. Ich bin auch sehr impressed von dir gerade. Brauchst du eigentlich keine Hilfe auf Mitte, oder? Ja, doch. Ich bin auf dem Weg. Ja, bisher bin ich fein. Ich habe nur Angst, wenn man in den Gegend flinkt. Hä? Hä? Da. What the fuck? Nearly Mitte. Von Topside. Hier kommt ein Asterold hin. Von mir. Zack. Die haben wir. Jungen, die Yumi hat die einfach verkauft. Der hat mir gar keinen Bock mehr. Geil. Geil. Ich gehe Hurt machen. Das ist wieder so ein Game, wo du fünf Kills bekommen musst. Ja. Ich glaube, die habe ich. Ich glaube, die habe ich. Chill mal. Wer bist du denn? Ich glaube, die Hurt. Ich glaube, die habe ich nie gebraucht. Ich glaube, die habe ich nicht gebraucht. Zauber flinkt. Ich will ihnen ein Weltraum ohne Bord oder Elefanten. Was können sie für mich tun, was sie nicht getan haben? Äh... Dragon... Ich hab das Geld hier auf Top. Dein Bersig halt auch. Ach, das ist nur noch die Juni hier unten. Irgendwie dachte ich, da werden noch mehr Leute. Ja, die sind tot. Jo, ihr macht einfach eine komplette Barrel-Chain. Der ist da unten. Immer der da hingekommen ist. Weiß auch nicht. Ja, easy kill, ne? Also eigentlich können wir wahrscheinlich Barrel machen, oder? Wir können easy Barrel machen, ja. Wir können eigentlich einfach machen, was wir wollen. Das ist auch richtig. Willst du jemanden da? Ja. Okay, bitteschön. Ich, 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 ich. Moins. Mann! Oh, ich wollte die Todesweiten. Ich will triple, ich will triple, ich will triple. Nein. Sorry. Ah, der Cleans. Das ist schon sehr langweilig, tatsächlich. Ich höre ihn einfach weg, Juni. Jo. Oh, die haben ja wie's Bock auf dich. Ich wollte nur den Tower machen. Das ist unsere Wave weg. Jürgen, was denn er mit seinen Fässern vor eigentlich? Ich weiß auch nicht, wie lange er die machen will. Ich geh da rein. Und dann baite ich hier irgendjemanden dran. Alter. Cool. Kann ich bitte jemanden diesen Push verfolgen? Das finde ich wirklich witzig. Das wäre schon echt lustig. Das wäre schon echt lustig. Der Flash war wichtig. Die holt auch. Los, Töbi. Du bist vielmehr ein Pokémon, der sich einfach nochmal werfen kann. Wie hab ich die Key bekommen? Weiß ich nicht. Ich hab' ein Problem. Ich hab' ein Problem. Ich hab' ein Problem. Lock' ihn einfach in den Busch, da sind nur noch zwei übrigen, das ist natürlich nicht. Oh. No. 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 Ich weiß nicht, was nicht so ausgeht. Er hat leider nicht gefasst. Wir können den Sparrow machen? Wir können den Sparrow machen, ja. Da sehe ich uns mit Zeit. Ah, da hab' ich fast einen Smite komplett verschissen. Also ich hab' den Smite komplett verschissen, aber ich hab' den Barrow so einen komplett verschissen. Alter. Ich kann ihn nicht hitten, weil er mitwachter ist. Mann. Wollen wir den Draken auch holen? Ja. Ich hab' mir heute immer noch keinen Smite zu, ne? Aber egal. Ich hab' den Schangel gehabt, der Johun. Ja, lass' mal finishen jetzt langsam, oder? Ja. Okay. Irgendwann geht die, die Holt hier. Okay. Nice. Was haltet ihr so von meinen Stats? 23.012. Halt' ich davon. Junge, Junge, Junge. Junge, ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein krankes Game hatte, was Deathless war. Was hast du denn gemacht? Ich weiß auch nicht. Der wurde auch eingetashed. Wo ist esinary zu haben? Bis zum nächsten Mal. Mam come auf bei euch mal." war-